Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys, das DAX-Analyse für den Donnerstag, den 3.08.2023 und unser DAX hat Bein ab, der hat sich ausgezahlt, runtergehackt. Im Tageschart haben wir abschließend im Video von gestern gesagt, wir hatten hier babababab nach unten, wir hatten hier babababab nach unten und hier war nur ein Bab, deswegen hat man gesagt, Vorsicht, wenn der weitere Schwäche zeigt und unter 2.30 abruhlt, dann, keine Ahnung, was ich euch für Ziele genannt habe, bestimmt die 1.20, 1.50 und darunter eben die 1.159 und darunter die 1.158, da doch, jetzt erinnere ich mich, 1.158, 1.157. Das waren unsere drei Zielstationen und wir haben auch gesagt, man sollte das vielleicht auch ein bisschen gröber ansetzen, zumindest habe ich es in der Analyse geschrieben. Ähm, beachtlich ist natürlich jetzt wieder zu sehen, wir sind an der 1.50, wir haben eine katastrophale Nachricht bekommen, ähm, diese Nachricht war mir nicht bekannt zu dem Zeitpunkt, als ich die Analyse eingesprochen habe, die Nachricht war mir nicht bekannt, als ich die Analyse geschrieben habe und trotzdem haben wir Astra in die 1.50 getroffen. Das ist für mich immer so ein Punkt, wo ich sage, warum Nachrichten gucken? Die Nachricht selbst hätte ich für mich persönlich, naja, in der Nacht, wie hätte ich es nutzen sollen, erst am Morgen für mich nutzen können, da stand der DAX schon bei 16.100, halt, ne, also, toll, toll, so konntest du zum Abend hin schon sagen, okay, der ist ja doll angestochen, der hat wieder vom Hoch weg, der hat drei Spitzen, das ist immer gefährlich im DAX, ähm, und wenn er unten rausschiebt, dann wird es gröber und 9.50, 800 und 1.20 und buff, ja, so, und die 1.20, wo ich gesagt habe, die wird wichtig, das war nun die Eröffnung, da war, da ging nicht viel, das hat man gesehen, da kam auch nichts nach oben, wir haben auch gleich früh, gleich früh im ersten Update, ich habe schon das erste Update um 8 rausgeschickt an unsere Leute, da haben wir schon geschrieben, Vorsicht, ne, das ist eine Bewegungsbeschleunigung, Gap, Gap als Instrument der Bewegungsbeschleunigung, der kann locker bis 9.50 durchziehen, und das hat er auch getan, hat er auch getan, jetzt gucken wir mal rein in die Bewegung, von 9.50 hoch, ist erst mal ziemlich gut gewesen, also der hat das sauber gemacht, ja, der hat das schön gemacht, der hat das wirklich schön gemacht, der ist guten Meter hochgekommen, und dann waren die einfach keiner zu schwach, das hat dann die Stimmung wieder ein bisschen gekippt, der hat sogar noch ein neues Tageshoch gesetzt, nachdem er an der 9.50 war, das ist eigentlich schön so ein Signal, ich will hier in die Erholung gehen, deswegen bin ich sehr gespannt, was er jetzt aus diesem Abflachen, dieses Rücklaufs macht, solltet ihr den nämlich nach oben drehen, könnte ich mir gut vorstellen, dass wir am Donnerstag Erholung hochdrücken, bis gut und gerne an 200.50, wird der allerdings dort dann auch erst mal wieder davon ausgehen, dass dann schon wieder Druck kommt und der Markt umdreht, das heißt eine rote Stundenkerze im Bereich um 200 und 250, würde ich für einen Short nutzen, ich würde mich aber nicht frontal Short reinstellen, denn unser Dachs ist ein Dussel, unser Dachs ist ein Mistvieh oder ein Rindvieh oder wie auch immer, ihr ihn gerne nennt, wenn er das macht, was ihr nicht offenbar da habt, aber das kann er, das kann er gut und er hat hier unten, er hat eins gekonnt, er hat sich unter die Tiefs der bestimmt letzten 15 Handelstag, das sind drei Wochen, Freunde, drei Wochen, in denen die Leute genug Zeit hatten, ihre Storblos unter die letzten Tiefs nachzuziehen, also wo lagen die, genau da, wo sie jetzt weggeräumt wurden, nein, das heißt wir haben eine schöne, saubere Marktbereinigung und ein Markt mit einer Marktbereinigung auf der Unterseite, der ja übergeordnet aus Tagesperspektive, Wochenperspektive sogar noch in einem aktiven Aufwärtstrend vorzuweisen hat, der kann richtig Randale machen, also deswegen würde ich mich nicht frontal Short dagegenstellen, sondern wirklich ein Short-Signal auch abwarten für den Short, ich verstehe das nicht falsch, ich finde den Bereich sogar sehr gut zum Shorten, wirklich, aber ich würde halt einfach nicht frontal den Hals unter das Messer halten, so rum wollte ich sagen, ja, schiebt er nämlich hier eine grüne Stunde Kerze nach der anderen durch, steht er auch schnell wieder bei 3,50 und das kriegt er hin aus so einer Situation, der hat jetzt den Markt, der hat hier unten so schön die Stop-Loss bedient, das würde er hinkriegen, aber dafür brauche ich den Instant nach oben, der muss, also der sollte wirklich früh die erste grüne Kerze, die muss eigentlich schon grün werden, und dann einer nach der anderen nachbraten und dann kriegt er das hin, dann kann der bis 200, 250 schieben, vielleicht sogar bis 350 und hier irgendwo in dem gröberen Bereich dann eine rote Stundenkerze hinstellen und wieder zurückkippen auf 16,150, 16,1,20 und dann ist erst mal wieder ein Tag seitwärts angesagt, ja, also, wenn der sich hochdrückt, oberhalb der 16.000 wieder rausschiebt, hat er das Zeug, das noch hochzumachen, aber, bap, 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 ne, denkt dran, da fehlt noch immer was, wir hatten hier bap, 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 wir hatten hier bap, 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 ja, also, dem würde das auch stehen, hier noch eine runter zu treten und wie gesagt, Bereich 15,800, 15,750 war unsere dritte Zuliezone, die wir gestern genannt haben, auf dem Weg nach unten, wenn die 2,30 eben nicht hält, da haben wir gesagt, geht der runter, 15,150, 15,120, nee, 16,150, 16,1,20, 15,9,50 und 15,800, 15,57, das war Aussage gestern, da war mir noch nicht mal bekannt, dass ein Downgrade von Fitch kommt für die US-Schulden oder was auch immer da gedowngradet wurde, ja, das heißt, die Nachrichten waren mir nicht bekannt, das war die Analyse und ich passe das deswegen nicht an, ja, auch Vergleich mit 2011 und so weiter und so fort, wir haben das alles heute früh schon im Update geschrieben, 2000, äh, äh, gleich 8 Uhr, den Vergleich mit 2011, man kann den machen, man sollte den machen, man sollte das auch nutzen, um das Risiko ein bisschen zu kalibrieren, aber A, macht der Markt eigentlich selten zweimal das Gleiche und, ähm, B, sollte man sich immer drauf einstellen, offen zu bleiben auf beiden Seiten, offen zu bleiben auf beiden Seiten, natürlich kann man, kann man sagen, solange wir keine Umkehrsignale kriegen, solange der Markt aktiv im Abwärtsmodus jetzt erstmal bleibt, lasst man laufen, vielleicht auch sogar weiter als 57,800, ja, vielleicht spult er wirklich 25% nach unten ab, wie er es 2011 damals gemacht hat, damals war es auch Anfang August, der 1. August schon schwach gewesen, dann kam dieses Downgrade von, damals war es Standards & Poor, diesmal war es Fitch, ja, und dann ist der Markt 25% runtergeprasselt, 25% runtergeprasselt vom 1.8. innerhalb von 8 Kalendertagen, also es waren glaube ich 5 oder 6 Handelstage, 25% von hier runter, Ziel 12.350, das kann man mal kurz auf sich wirken lassen, das wäre, wenn der DAX diese Story wiederholt, mit dem Downgrade, was die Rating-Attentur für die USA ausgesprochen hat, wenn hier weiter Schwäche drinnen bleibt, aber dafür muss auch wirklich weiter Schwäche zeigen, ich würde den Ball erstmal ein bisschen flach halten, und sagen, okay, klingt alles ganz schön, wäre auch toll, wenn er wieder auf 12.350 fällt, kann man mal ein paar Aktien günstig zukaufen, aber ich, also, also ich würde es jetzt so nicht untraden, ja, sondern Stück für Stück, und wenn wir die Tagesbewegung hier sehen, müssen wir festhalten, hat er hier ja schon abgefedert, jetzt mit der Nachricht, die Nachricht kam ja erst nach der ersten Grotenkerze, die Bewegung war jetzt schon nicht mehr ganz so ausgeprägt, ich würde jetzt fast davon ausgehen, dass die nächste Kerze jetzt noch ein bisschen kleiner wird, und dann vielleicht sogar schon eine Umkehr reinkommt, ja, also guckt mal ein bisschen genauer hin, im Bereich um 8.157, dort geht das natürlich das gleiche wie oben, ich würde dort nicht long gehen, bevor nicht noch Grüne Stundenkerze drin steht, kommt aber unten eine Grüne Stundenkerze im Bereich, 800, 750, und der drückt überhaupt noch nach unten, wäre das eine Long Chance auf den Konter hin, dann wahrscheinlich erst mal 16.000, und wenn er Bock hat, kommt er von unten natürlich auch an die 16.250 ran, das kriegt er auch hin, also, das ist eigentlich auch eine sehr interessante, die 15.59 ist super geil, die wäre vollkommen ausreichend, 15.800, 15.57 ist ja auch sehr nett, aber dort muss auch eine Umkehr kommen, kommt keine, und er drückt hier weiter unten durch, können wir mal gucken, wo läge denn das nächste Ziel, auf der Unterseite, wo läge denn das nächste Ziel, dann können wir hier gucken, können wir gleich den Durchschnitt, 200-Tage-Linie, und dann sind wir bei 15.300, ja, könnte man übersetzen, hält der Bereich um 15.800, 15.750 nicht, wäre das da unten, dann die nächste Anlaufstation, und da kommt alles zusammen, da haben wir hier ein offenes Gap, links, 15.360, erinnert euch noch dran, war ganz, 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 ganz lange Thema, ganz, ganz, ganz lange Thema, 15.365, die 200-Tage-Linie kommt hier zusammen, und das kommt hier zusammen, wäre also auch eine schöne Anlaufstelle, wenn er direkt durchzieht, und deswegen sollte man dieses Risiko, mit dem Vergleich von 2011, auch nicht ganz abtun, man sollte nicht sagen, ach, pappalapapp, das kommt eh nicht, nee, das ist auch nicht richtig, das wäre auch verkehrt, ja, aber ich würde erstmal den Ball flach halten, und im Kleinen erstmal gucken, aber dem Markt unten einfach etwas mehr zutrauen, ja, einfach etwas mehr zutrauen, ein bisschen mehr Potenzial einräumen, und das wäre mein Ziel, ja, der Bereich, der Bereich, könnte ich mir sehr gut vorstellen, und ich kann mir aber auch sehr gut vorstellen, dass wir am Donnerstag vielleicht erstmal nach oben anzimmern, vielleicht sogar 200, 250 reinknallen, und von dort sogar nochmal ein neues Wochentief setzen, also, das wäre für den Donnerstag richtig geil, richtig geiles Programm, dann würde ich wieder ein Champagner aufmachen, hier würde ich einen DAX feiern, ja, wenn er das macht, weil das wäre wieder richtig geil, richtig nach oben anrennt, wie ein Bekloppter, dass alle aus den Shorts rausspringen müssen, richtig, richtig reingetrieben werden, dann haut er hier oben, rote Stundenkerze rein, nagelt das komplett wieder zurück, legt neues Tief, nächsten Tag abwärts, und dann runter Richtung hier 15.300, das wäre die Krönung, das wäre die Krönung, also wirklich, dann fahre ich nach Frankfurt, dann küssere ich das Vieh, aber wir gucken mal, wir halten Ball flach, wir haben erhöhte Volatilität, wir dürfen die Trades ein bisschen weiter laufen, sollten unsere Stop Loss etwas weiter machen, aber wir sollten auch nicht abheben, und jetzt hier denken, wir kriegen jetzt hier 5000 Punkte Gewinn auf unsere Trades, Ball flach halten, trotzdem ein bisschen größer, wir haben erhöhte Volatilität, wir haben erhöhtes Momentum, wir trauen dem Markt ein bisschen mehr zu, gucken auf die Zielzone hier, wird es die nicht, wird es wahrscheinlich die da unten, dreht uns von 2.30 direkt nach oben, ne, von 15.500 direkt nach oben, über die 16.000, dann gucken wir mal Richtung 16.200, 16.250, und ich denke, so können wir Donnerstag erstmal gut eingrenzen, wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen, und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss. Vielen Dank.